Also, das ist der neue Tviyan von Alba und ich bin ganz begeistert. Vielleicht sieht man es gar nicht so. Ich habe da Motoren in den Rädern und im Gegensatz zum bisherigen Emotion, der für Menschen ist, die wenig Kraft in den Armen haben, ist der Tviyan jetzt für Leute wie mich, die eigentlich von den Armen her gut dabei sind. Und trotzdem habe ich ein befreites Fahren. Gerotche inklusive. Ja, das ist auf dem Boden. Jetzt nehme ich ihn mit, oder? Der hat einen Augenblick hoch. Der hat geschwenkt. Der ist einfach geil. Der ist, also man sieht nichts, man hört nichts, man riecht nichts. Und trotzdem ist er mir, das ist die Kraft der doppelten Armen. Dann kann ich Städte erobern. Ich weiß, ich war früher mal in Siena, in Rom irgendwo. Pff, Berge. Und da freue ich mich jetzt. Dann kannst du mal ja auch. Kato. Ja, ich waricie. Vielen Dank.